Mal eben 300 Euro verbrennen. Ja, ob ich nun 300 Euro so verbrenne oder den Gapestop Aktien investiere, ist beides gleich. Obwohl das mit dem Anwalt kann ich absetzen. Warum bist du eigentlich immer so neidisch auf andere Streamer? Kommt das irgendwie aus deiner Kindheit? Ja, ich habe mir schon 1985 gedacht. In der Grundschule dachte ich mir schon, oh, Montana Black, viel mehr Subs als ich. Das kommt ganz klar aus der Kindheit. Klar, natürlich. Warum zur Hölle? This is a scam. War heute bei der Beerdigung von meinem Opa. Es ist wirklich ein scheißgerade Satz. Ja, junge Menschen leiden auch, aber naja, ist halt eine Krise und keine gesellschaftliche Hochkonjunktur. Kuss, schönen Abend noch. This is a scam. Für die 300 Euro Stundenlohn. Lensch? Telefon an. Ähm, Herr Untermeier, entschuldigen Sie, mein Telefon hat gerade aus der Hand gerutscht in den Fußraum. Ich fahre gerade Auto. Äh, sagen Sie, äh, was, was kann ich für Sie tun, Herr Untermeier? Rufen Sie doch mal im Sekretariatstelefon an. Ich soll im Sekretariatstelefon anrufen? Ja. Okay, gut, dann, ähm, mach ich. Willkommen bei Schwarzwasser. Ihr Partner in Sachen Sicherheit, Büroplanung und Führung sowie der Diktat. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Sicherheit ist so viel mehr als Schmiere stehen. Manfred Lensch. Omega Lul. Ihr Ehemann betrügt Sie und Sie brauchen belastende Beweisfotos für den Scheidungstermin? Kein Problem. Schwarzwasser hilft Ihnen gerne weiter. Sie werden von John Wick verfolgt? Sorry, da können wir auch nichts machen. Manfred Lensch. Sicherer als Schwarzwasser ist nur der Abstieg von Schalke 04. Manfred Lensch. Willkommen bei Schwarzwasser. Sie sprechen mit Herrn Untermeier. Was kann ich für Sie tun? Herr Untermeier, das war ja großartig. Dankeschön. Herr Untermeier, ich bin auf dem Weg ins Büro. Ich bin gleich da. Ja. Sie brauchen belastende Beweisfotos für die Scheidung. Was? Wie geil ist das denn bitte? Ja. Das war jetzt wild. Das ist es, Gern. Moin. 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 Was? Galigru. Wir sind heute, glaube ich, beim Video 45 oder so. Sie brauchen belastende Fotos für eine anstehende Scheidung. Ist ja gut. Oh mein Gott. Ich dachte, die... Ja, wer will zuerst... Ach, du Scheiße. Ich wusste doch, ich habe diesen Riecher-Chat. Ich hatte diesen Riechner bei dem Mann. Aber er ist einfach noch krasser. Vielen Dank für die ganzen Subs und Re-Subs. Dankeschön. Vielen Dank, auch für die Verschenkten. Migu, Dankeschön. Tauben, Dankeschön nochmal. Kim auch. Vielen, vielen Dank. Alter Schwede. Jesus Christ. Jetzt können wir unsere Warteschlange oder Warteschleife halt promoten. Das heißt, wir können jetzt die Hotline... Ah, hier klingeln. Also verkaufen oder so. Würde ich nicht sagen. Oh, hallo. Oh, hallo. Herr Hotch, hallo. 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 Mensch, Herr Kuba, Sie sind ja noch hier. Ja. Ich habe mich für Sie entschieden zu... Ach so. Ja. Ja, das freut natürlich auch die Kollegen, denke ich. Ja, absolut. Ja, haben Sie alle schon gefeiert oben. Wir haben die freudige Nachricht schon bekommen. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe vorhin noch mein Handy gesucht. Ich habe das einfach nicht gefunden. Das ist in eine Couch-Rütze gerutscht. Och. Fatal. Freut mich, Herr Kuba. Da wir den Vertrag aufgesetzt haben, läuft das ganz normal weiter. Das heißt, Sie lassen sich wahrscheinlich gerade die Garage zeigen, ne? Ja, genau. Herr Detzler hat schon mit mir gesprochen auch. Mahlzeit, Chef. Mahlzeit. Heute gelb? Heute gelb. Okay. Wir sind jetzt das dynamische Duo. Genau. Ein bisschen Farbe reinbringen hier in die Bude. Ich habe auf jeden Fall auch schon haufenweise Ideen weitergegeben, mein Herr Detzler. Und gleich wieder da. Fantastisch. Ich muss jetzt erstmal hoch und ja, ich habe gerade eben erst die Warte. Wir haben ja eine neue Einwahl jetzt in der Leitstelle. Haben Sie da schon angerufen? Ja, ja. Verrückt. Habe ich sogar zweimal angerufen. Das ist super. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Also die Zitate gefallen mir wirklich sehr gut. Die sind tatsächlich alle von mir. Ja, das ist top. Da muss ich aber auch mal anrufen jetzt. Ich bin erstmal oben. Ja, alles klar. Okay. Oh ja. So, schön. Der Cooper ist jetzt auch hier. Da, 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 da. Herr Untermeier. Ja, Chef? Hat mir sehr, hat mir wirklich sehr gefallen. Ja, das freut mich. Wie läuft das jetzt ab? Die läuft, die läuft standardmäßig immer, wenn sie, wenn jemand über die Warteschleife anruft? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Oder ist sie, ist sie dafür zu lang? Nee, ich würde sie, ich würde sie standardmäßig da auch einfach ablaufen lassen. Ja. Ja, und dann können wir auch mal nach außen hin auftreten mit dieser Telefonnummer. Eben, ja. Das heißt, wir haben die ja noch nicht so kundgetan, aber vielleicht den VNet-Account. Ja. Da würde ich jetzt einfach mal, entweder gebe ich das dann Herr Tetzlaff ab mit dem VNet-Account. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Herr Tetzlaff sucht ja auch noch mal neue Möglichkeiten. Dann können wir das nach außen hin ein bisschen machen. Ja, denke ich auch. Und dann vielleicht auch noch unsere Postleitzahl und ein bisschen mehr Informationen. Ja, finde ich super. Super. Haben Sie was? Ah ja, gehen Sie. Tetzli, komm. Was, Entschuldigung? So habe ich das jetzt aber nicht gemeint. Doch, genau so was. Nein. Oh Gott. Entschuldigung? Junge. Jetzt habe ich meinen Aktenkoffer vorne stehen lassen, siehst du? Ja, belästig. So ist es noch nicht offen, ne? Mhm. Okay. So. Aha. So. Hast du Zugriff auf das E-Mail-Postfach jetzt? Nein, klopfen. Korrekt. Sehr gut. Das gleiche Passwort geht für unseren VNet-Account. Kommen Sie rein, Herr Untermayer. Willst du das mit übernehmen? Ich hätte... Ja, Entschuldigung. Ich warte. Sprechen Sie. Und zwar, ich hatte ein paar Punkte, Herr Lentsch. Und zwar hat mich die Frau Mitchell darauf aufgerzelt gemacht, dass für die Damen-Toilette immer noch ein Schlüssel fehlt. Mhm. Dann, Live-Invader-Annonce ist raus. Ja. Die Mandatserklärung habe ich Ihnen im CC zugeschickt. Die ist aber schon raus an den Herrn Unger. Ja. Und die Verschwiegenheitsklausel Version 1 habe ich Ihnen auch an die Schwarzwasser-Mail geschickt. Vielleicht schicken Sie da einmal kurz rüber und Sie können mir per SMS dann ein OK schreiben, dann schicke ich das auch raus. Es geht, ich habe mit dem Herrn Tetzlar schon, Tetzlar hat auch schon drüber geschaut. Es geht um den Betrag wegen Vertragsbruch. Wie viel wir da dann reinschreiben. War für den Vertragsbruch. Aber Sie können sich das ja einmal durchlesen und dann das Entscheidende, das muss ja jetzt nicht jetzt sofort sein. Ja, ich überlege es mir. Ähm, und, äh, gut. Ich warte vorne wieder. Alles klar. So, das ist klar. So, pass auf. Ich habe jetzt 19.30 Uhr das erste Bewerbungsgespräch mit dem Herrn Herrera. Da kannst du ja, nimmst du das Büro hinten. Ich mache es bei mir. Ah ja, okay, super. Ja. Ähm, ja, dann, ähm, habe ich auch, wir haben jetzt noch drei Kollegen, die noch nicht mehr im medizinischen Check-up waren. Das ist Breeden, Bock und Hodge. Ich bin mit Frau Kühn jetzt so verblieben, wir haben morgen 20 Uhr einen Terminslot oder Freitag 20 Uhr. Ich habe das so ein bisschen an Frau Mitchell weiterdelegiert, dass sie die Kollegen anspricht und fragt, wie jetzt Stand der Dinge ist. Mhm. Er, Pupa, war bei mir. Ah ja, genau. Der freut sich, bei uns tätig sein zu dürfen und weiterhin möchte bei uns tätig sein. Super, der war bei der Polizei und, äh, sollte sich da vorstellen, aber es hat ihm anscheinend nicht so gefallen, oder? Ja, anscheinend nicht. Äh, der sprüht auch Ideen aus dem Kopf. Ähm, ich habe gesagt, soll ich das alles ein bisschen niederschreiben? Dass wir es nicht vergessen, also er spricht halt von Visitenkarten, Funkgeräten, Taser, Fahrsicherheitstraining und so weiter und so fort. Ähm. Gut, dass du es mal gehört hast. Mhm. Ähm. Sag mal, ich habe mir überlegt, dieser Herr Herr Reda. Warte mal, den Bewerber gleich? Mhm. Herr Reda, ja. Ich würde mir den mal anschauen, das ist ja dieser IT, ich nenne ihn mal IT-Heini. Ja, wir brauchen jemanden für Cyber Security. Genau. Dafür habe ich jetzt gedacht, ähm, ist ja keine schlichte Idee. Mhm. Und vielleicht, ähm, je nachdem, ob er sowas schon mal gemacht hat oder fit ist, könnten wir darüber vielleicht auch unseren Winet-Account über ihn steuern. Äh, das würde ich ungern machen. Also ja, für jemanden, der aber neu in der Firma ist, dem würde ich ungern die Winet-Sachen gleich geben. Mhm. Okay. Weil das ja Zugangsdaten sind, darum habe ich dich gefragt, weil du ja den Zugang gleich hast und so gehen wir sicher, dass der nicht irgendwie außer Kontrolle gerät. Ach, das meintest du mit, ähm, da kam gerade, äh, Untermeier rein. Ja, genau, das Passwort ist nämlich dasselbe. Mhm. Okay, dann mache ich mir da mal Gedanken zu, was man da so machen kann. Mhm. Äh, ja, dann habe ich noch zwei Bewerber. Hast du eine, äh, was meinst du, wie viele Mitarbeiter brauchen wir denn noch? Ich würde jetzt, ich habe keine Zahl im Kopf, wir müssen jetzt mal kurz, lassen wir mir, warte mal, jetzt laufe ich ganz kurz mal, wir haben ja eine Liste hier, die Mitarbeiterliste, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, ich glaube, wir sind bei zwölf. Sehe ich auch so, ja. Ähm, ich glaube, warte mal, haben wir da nicht eine, hat Untermeier da nicht eine Liste? Untermeier hat, glaube ich, mal eine Mitarbeiterliste durchgeschickt, ja. Kannst du den mal, kannst du den kurz anrufen? Mhm. Ich glaube, wir sind bei zwölf. Also mein, mein inneres Limit ist die zwanzig, aber ich würde es jetzt auch nicht übertreiben, es geht nur um Leute, die wir halt, die super ins Team passen. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir Leute finden, die gut zu den anderen passen. Ja, okay. Ja, die, ähm, bei uns einfach einen, weil, weil jetzt beschädigen wir nur, jetzt würden wir nur unsere Einheit beschädigen, wenn, wenn wir da irgendwen nehmen. Mhm, macht Sinn. Ja. Deswegen, ich würde dich diesbezüglich auch jetzt komplett, ähm, das übernehmen lassen. Also du bist jetzt zuständig für Bewerbung. Ja, super. Und, äh, du kannst auch, wir müssen dann mal drüber sprechen, wegen diesem, ähm, wegen diesem Vorgang. Wie nicht? Ja. Ja, ja, ja. Äh, dann gab es wohl, ähm, der Hauptsache vorhin bei mir. Hm, Herr Untermeier ist da. Kommen Sie rein? Ähm, Herr Tetzlar? Ja. Ja, Herr Herrera wartet draußen auf Sie. Herr Untermeier, können Sie aus dem FF sagen, wie viele Mitarbeiter wir, äh, insgesamt, in der Liste haben? Zwölf oder dreizehn? Dreizehn. Mit Herrn Kuper dreizehn, ohne Gottfried. Also vierzehn mit dem Herrn Gottfried. Äh, nee, warten Sie, zwölf. Dreizehn mit Herrn Gottfried. So. Okay. Dreizehn, okay. Da bin ich mit drinne? Äh, ja. Hm. Also, wir müssen Herrn Gottfried mit einem berechnen, das ist dann dreizehn. Okay. Ähm. Ja, Herr Tetzlar kommt gleich zu dem Herrn, äh, Herr Herrera. Mhm. Bin gleich da. Ähm, wo waren wir jetzt? Ja, Herr Hobbs war bei mir. Ah, ja. Und zwar hat der Hobbs von guten Kontakt und guten Rat zu Herrn Kreuzer. Ja. Herr Kreuzer, ähm, hat angefragt, wie es aussieht, dass, ob wir eine Sicherheit geben können, und zwar zum Steakhouse Siennas. Ja. Ähm, das ist wohl so, dass die Kirche des Lichts, ich weiß nicht, ob du die schon mal kennst, ob du mit denen schon mal zu tun hattest. Okay. Okay. Wir waren schon mal da mit Hobbs und, äh, Herr Schimanski. Die haben also mächtig einen am Wirsing. Das muss ich dazu sagen. Okay. Sag mal, da muss ich gleich zurück. Äh, die haben recht, also verdammt einen am Wirsing. Also eine Kirche mit Koks und Nutten ist ein Scheißdreck dagegen. Okay. Und die rennen immer in dieses Steakhouse rein und wollen predigen, wollen die Gäste, belästigen die Gäste und verfolgen die Eigentümerin von Siennas Steakhouse. Was? Ja, richtig krass. Und dasselbe passiert auch in der Karaoke Bar hier in der Stadt. Da rennen die rein, stehen auf der Bühne und versuchen die Leute zu bekehren. Vielleicht sollten wir da mal ansetzen, ähm, ob wir da vielleicht nicht irgendwie helfen können. Also, ja, wenn sie, wenn wir, also, wir, kostet halt Geld, ja. Genau, Herr Kreuzer sagt jetzt, der normale Stundsatz kann er sich vorstellen, wird zu teuer, aber vielleicht kann man ihm dann ein Paket schnüren. Ich meine, das ist das, womit wir uns berüsten. Ja. Jetzt manchmal reicht es ja schon, wenn wir in einer Schicht, drei, vier, mal einfach mal vorbeifahren. Okay. Okay, ja. Mitarbeiter, haben wir jetzt eine Menge? Vielleicht? Ja, okay. Okay, dann, dann, ähm, würde ich sagen, äh, müssen wir da mal mit denen sprechen, ja. Machen wir so ein Flex-Paket, ja. Genau. Das habe ich dir jetzt erzählt. Gut, Kupa habe ich dir auch erzählt. Bewerber ist jetzt da. Äh, Medizin-Check kümmert sich Frau Mitchell. Für dich nur zur Info, der Medizin-Check kostet ab sofort 50 Dollar je Test. Mhm. Die 50 Dollar gehen aber in die Rötigkeitsgruppe des Krankenhauses und damit werden Hilfsbedürftige in der Stadt versorgt. Sei es im Winter Tee, im Sommer Wasser, bisschen Obst, bisschen Gemüse, was sich die so nicht leisten können. Mhm. Ähm, meine Frage, was ich im Kopf hatte, um vielleicht, ich meine, wollen wir die 50 auf 100 pro Test erhöhen, um einfach so ein bisschen was Gutes zu tun für die Bürger? Ja, würde ich sagen, ja. Sollte uns jetzt, okay, dann spreche ich das mit Frau Quinn ab, dann soll die einen Spenden-Check über 50 Dollar zuzüglich machen und dann ist auch gut. Ja, wir wollten, also ich habe damals mit der Frau, ähm, ich habe damals mit der Frau, ähm, Montgomery gesprochen und sie hat gesagt, das wäre kostenlos, aber man kann spenden und da wollte ich eh was machen, aber so können wir das auch machen. Ja, perfekt. So, letztens ist gerade aufgetaucht, Herr Kuppert, äh, sich gestern nicht eingepiept, bis heute. Warum? Ja, ich weiß nicht, er wusste es anscheinend nicht, weil er hat sich das nicht gesagt. Ja, gut, dann, ähm, Pech gehabt, ja, gut, oder so. Machen wir, machen wir Pech gehabt, sagen wir dann, äh, dass das... Frau Mitchell hat ihm jetzt das alles gezeigt, ähm, vielleicht haben wir das verpasst im Eifer des Gefechts. Ja. Denn letzte Frage, gibt es irgendwas Neues mit Breeden? Habt ihr euch schon irgendwie unterhalten können? Ja, Breeden, ähm, ist er schon da eigentlich? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen, Leute, nein. Ähm, der, äh, baut seine eigene Detekteisache auf für unsere Klienten. Ja. Ja, wir, ähm, bieten jetzt im Zusammenhang mit der, also es gibt ja zwei Neuerungen. Erstens, äh, wir haben jetzt eine Leitstellen-Büroverwaltungs-Hotline. Das heißt, sie, wenn man bei uns anruft, bekommt man so einen automatischen Sprachtext, der abläuft, der darauf hinweist, dass wir einen Büroservice haben. Den werden wir separat verkaufen und wir haben eine, wir arbeiten mit einer Informationsbeschaffung oder auch Detektei, die auch in unser Unternehmen mit integriert ist für unsere Klienten. Das bedeutet, wir arbeiten damit, dass wir so eine Art, ähm, Premium-Paket haben. Das heißt, als normaler, als normaler, äh, Kunde bei uns bezahlt man diese Dienste extra. Aber wenn man sogenannter Onix-Kunde wird, da machen wir dann so eine extra Karte, ähm, bekommt man die Dienste mit drauf, aber bezahlt eine wöchentliche Gebühr, auf die wir uns noch nicht geeinigt haben. Weißt du, was ich meine? Kriegt man so eine Art, kriegt man so eine Karte und dann, äh, Onix-Kunde oder Onix-Member-Card und, äh, so holen wir uns das dann rein. Das sind so die, die aktuellen, äh, alles okay? Das rede ich gar nicht. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Ja. Ähm, was würde ich sagen? Ja, dann, äh, okay, klingt nach einem sehr guten Plan, habe ich verstanden. Ja. Ich würde jetzt, ähm, den Bewerber Ach, warte mal, hast du das schon mit dem, also das mit dem Club läuft ja auch noch, ne? Ja, da hat der, äh, da hatten sie dir uns eine Mail geschrieben auf Schwarzwasser. Ja, ich muss die, ich arbeite die jetzt gleich alle durch. Mach du ruhig erstmal den Bewerber, ich gucke mir die an jetzt. Genau, und dann komme ich nochmal zu dir. Genau. Bis später. Bis dann. Hi, ihr Klingel. Toll. Oh mein Gott, wir haben die Chance verpasst, das Schwarzwasser Prime zu nennen. Oh nein. Schwarzwasser Prime. Schwarzwasser Prime. Die bessere Versorgungsstrategie von Schwarzwasser. Darf ich hören? Ja, natürlich, ja, klar. Ich lese nur gerade E-Mails. Na klar, erstmal einen schönen guten Tag. Hallo, wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Ihnen auch? Ja, alles fantastisch. Es ist schon ein bisschen entspannter, dass ich weiß, dass ich ein bisschen was delegieren konnte. Herr Tetzlar ist glücklich, Sie sind glücklich. Fantastisch. Wunderbar. Ich würde gerne, wenn das möglich wäre, heute nochmal Sie in Anspruch nehmen. Auch Herrn Tetzlar bezüglich einmal einer Abstimmung, einer Koordination, was gerade am Laufen ist, was nicht. Und ich habe zuvor, weil ich denke, das hat eine gewisse Dringlichkeit, würde ich nochmal darum bitten, dass Sie, ob Sie vielleicht schauen können, ob Sie an die Nummer von dem Joey Black rankommen. Der möchte morgen seinen Güterhandel wieder eröffnen, ab 21 Uhr und möchte Gold ankaufen. Und es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir unseren Fuß da vorher schon drin hätten. Ja, ich schreibe es mir heute jetzt mal auf, dass wir da rankommen. Also ich brauche theoretisch nur eine Nummer von ihm. Ja. Genau. Ich habe eine Idee. Ich habe aber schon eine Idee, das kriege ich heute für Sie hin. Perfekt, wunderbar. Bezüglich Aufträge kann ich Ihnen aber auch schon sagen, da brauchen wir nicht auf Herr Tetzlar warten. Ja, prägt. Wir haben jetzt einen Auftrag vom Department of Justice im Haus, der wird aber morgen erst durchgezogen, nämlich den Herrn Sunderland, oberster Richter von Los Santos. Ja. Mit dem habe ich schon gesprochen, habe dem unser Service vorgestellt. Der guckt sich morgen unsere Büroeinheiten an und wir werden dann vermutlich, so wie ich das verstanden habe, in Absprache mit dem Chief of Justice, Herr Fleming, vom Department direkt bezahlt. Mhm. Okay. Das heißt, wir wollen mit dem, mit der Maßnahme das erste Mal an jemanden aus dem Department herankommen, damit wir den anderen, weil Sie kennen ja vielleicht Richter und Staatsanwälte und so, die geben auch gerne mal mit ihren exklusiven Maßnahmen untereinander an. Und wir wollen diese Maßnahme werden, mit denen Herr Sunderland angibt, damit der Rest auch Kunde von uns wird. Finde ich sehr gut. Ja. Ja. Ansonsten ist das bei, bei Herr Kreuzer ist es jetzt so, dass wir zwei ausstädende Projekte haben. Einmal Siennas Steakhouse. Ja. Und einmal die Karaoke Bar. Ja, wir waren da gestern Abend, ja. Da gibt es wohl Probleme mit einer Bedrohungssituation bezüglich Kirche des Lichts. Genau, da wäre ich nochmal für zugekommen, ja. Und da müssen wir auch auf jeweils beide zukommen und in Absprache mit Herr Kreuzer vielleicht ein Paket schnüren, das langfristig ausgelegt ist, mit geringeren Kosten. Einfach mal Dankes sagen, mit einem Hartgeldsupp. Ja. Jawohl. Bezüglich dazu, wir waren da gestern Mittag ja auch tatsächlich schon unterwegs und auch da dran. Der Herr Langersson hat da wohl Bekanntschaft in Richtung Kirche, also der kennt da wohl den einen oder anderen. Herr Hobbs hat dazu aber auch noch Informationen und so wollten wir uns heute, wenn Herr Langersson, der kommt ja heute erst ab 21 Uhr. Ja, der ist schwierig. Da ist sowieso alle nochmal zusammenfinden und unsere Informationen gegenseitig austauschen, bevor wir da weitere Schritte einleiten oder weitere Schritte gehen. Okay. Das sind so die Sachen, die ich jetzt hier vorhabe oder die ich auf der Liste stehen habe. Dann habe ich ein Gespräch mit dem Department, Polizeidepartment. Da haben wir allgemein eine Bedrohungssituation bezüglich Gewerbe. Ich hatte ein Gespräch mit der Frau Levy von der Öffentlichkeitsarbeit, dem Chief Denton und dem Herrn Povlov. Das war bevor ich sie eingestellt habe. Und in diesem Gespräch kam raus, dass es wohl eine Bedrohungssituation für Gewerbetreibende gibt. Und wir eventuell als teils privat, teils staatlich diese Bedrohungssituation in Form von Schutzgeld der Presse und so weiter auch unterstützen können. Das habe ich gestern nochmal angestoßen und erwarte da jetzt einfach auf Feedback, was wir da jetzt machen können. Ansonsten habe ich auch den Del Piero Beach Club immer noch auf meiner Liste stehen. Da müssen wir halt gucken, wie das sich entwickelt und wie die Events da aussehen. Und Moretti Events hatte etwas, aber das hat sich erledigt. Da ging es um ein Restaurant, was aufgemacht werden sollte, aber der Inhaber hat sich nicht mehr gemeldet. Okay, dann kann ich Ihnen sagen, dass wir gestern mit dem Oldtimer-Handel Kontakt aufgenommen haben. Da würden wir heute ein Treffen veranschlagen und uns einfach mal generell anhören beziehungsweise uns vorstellen. Wir haben mit der Inhaberin von Hornisberger, habe ich kurz gesprochen, die hat großes Interesse. Allerdings weiß ich noch nicht so genau, was da so für sie in Frage käme. Da müsste man also etwas konzeptionieren, was für die vielleicht in Frage kommt. Und die Idee ist aufgekommen, zwecks Krankenhaus. Ja, das können wir auch machen. Das Problem beim Krankenhaus ist aber, dass die schon mal einen Sicherheitsdienst hatten. Ich habe schon mal mit der Frau, damals Montgomery gesprochen. Und das Problem war da, dass da viel nur rumgestanden wird. Also wenn wir da was konzipieren, dann eher so stichprobenartig. Vorbeigucken, fragen, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwelche besonderen Sachen anstehen und die dann unterstützen. Haben Sie da einen Kontakt zu der Leitungsposition? Asimov, ja. Gehen Sie da mal auf den Herrn Tetzlaff zu, der hat gute Kontakte zu der Frau Quinn. Und dann eventuell zu der Asimov, das ist wohl eine höher gestellte Ärztin da. Wunderbar, gut. In Ordnung. Dann würde ich jetzt, wenn das für Sie in Ordnung ist, ich weiß nicht, ob Sie jetzt ansonsten noch etwas geplant haben, würde ich danach nochmal mit den Kollegen sprechen. Ich denke über die Auftragsakquise und so weiter. Wir haben uns da eben kurz unterhalten. Werde ich für mich einfach nicht dabei anlegen, die ich jetzt nicht weiterschicken muss. Ja, ja. Aber wir haben uns jetzt so geeinigt, dass wir uns einmal am Tag dann doch zusammentun und einfach nicht, dass da irgendjemand jetzt loslegt. Und wenn wir schon mit drei Leuten dort waren, würde die Kollegen updaten. Ja. Das ist auch die oberste Priorität. Das ist eigentlich auch das, wo ich Sie bei unterstütze. Ich kümmere mich so ein bisschen um Polizei und Department of Justice, weil ich da schon in den richtigen Stellen vorgesprochen habe. und alles, was so ansonsten an Gewerben ist, können Sie gerne mit übernehmen und die Leute dann auch mit einbinden. Genau. Beim Department, also beim Polizeidepartement und bei dem DOJ, das mache ich dann selbst, weil das einfach auch Leute sind, wo ich das Gefühl habe, dass es sehr wichtig ist, dass die immer mit dem Gleichen sprechen. Das ist auch sehr wichtig, dass Sie mit der oberen Führungsregel reden. Ja, ich glaube, da fühlen Sie sich auch immer ein bisschen ernster genommen. Ja, das ist so. Genau. In Ordnung. Okay. Gut. Herr Tetzlaff hat heute noch Bewerbungsgespräche. Da fällt vielleicht noch ein bisschen was ab für Sie. Ja. Und dann schauen wir, dass wir weitergehen. Fantastisch. Freut mich. Schön. Dann mache ich mich an die Arbeit. Viel Erfolg. Danke. Hunter Mayer, kommen Sie. So. Hier, Ihren Kaffee, Herr Untergang. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Was steht bei Ihnen heute auf dem Zettel? Das Einzige, was ich noch machen muss, ist die Verschwiegenheitsklausel an den Herrn Thomas schicken. Genau. Und den Herrn Stein anrufen, dass wir seine Dienste nicht benötigen. Ansonsten warte ich, dass endlich jemand anruft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warten Sie kurz, ich kann die. Ich kann die Verschwiegenheitserklärung, Moment, hier muss ich auftragen. Ja, das können Sie wegschicken. Okay, wie viel machen wir jetzt? Achso, Mandatserklärung meinen Sie. Ja, genau. Mandatserklärung kann weg. Code of Conduct. Das ist nochmal eine Aktualisierung, oder? Genau, eine Änderung von Herrn Tetzlar bezüglich Benimmregeln in den Autos. Kein Rauchen, sauber hinterlassen und so weiter. Okay, ja, ist grün. Mhm. Ach ja, genau. Strafe bei vereinbarten Bruch. Ja, also wir könnten natürlich eine Million hinschreiben. Nee. Lassen Sie mich mal ganz kurz. Also wir nehmen jetzt erstmal anhand des, also wenn wir das, wenn unsere Aufträge, also unsere Aufträge sind ja, wir bewegen sich in einem Rahmen zwischen 7.000 und 10.000, ja? Wenn wir also davon ausgehen, dass diese 7.000 oder 10.000, ich nehme jetzt mal 10.000, über 5 oder 6 Monate wegfallen, weil ein Vertragsbruch eventuell dazu hört, dass wir ein halbes Jahr schädigenden Ruf dadurch haben und uns Aufträge wegbrechen. Mhm. Gehen wir davon aus, dass wir eine 60.000 Dollar Vertragsstrafe integrieren können. Und ich denke auch, dass das eine realistische Zahl ist, die man vor Gericht verteidigen kann. 16.000, 60.000 Dollar, okay. Das ist anhand, also für Sie vielleicht noch, wenn wir das irgendjemandem erklären müssen, machen Sie sich eine kleine Notiz. Das ist der durchschnittliche Vertrags, also der durchschnittliche Auftragslohn über ein halbes Jahr. Durchschnittliche Auftragslohn über ein halbes Jahr. 60.000 Dollar. Mhm. Und so können wir das dann, ja, erstmal decken. Ich denke, das ist realistisch. Mhm. Weil man muss das ja dann auch vor Gericht vertreten. Ja, natürlich, natürlich. Okay. Mhm. Wo liegt das? Ja. Ja, ich bin froh, dass ich das heute noch geschafft habe. Ich hatte die ganze Zeit Probleme mit meinem Vater. Oh. Ja, der hat einen Online-Shop und da hat er die ganze Zeit Hilfe gebraucht. Ah. Ja. Das hat aber gut gemacht. Mhm. Dankeschön. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Danke. Wir werden jetzt, ich werde gleich über das VNet mal ein bisschen verteilen, die Leitstellennummer. Ja. Vielleicht auch an die Kontakte. Und werde auch gleich ihren Büroservice mit anpreisen. Da müssen wir vielleicht jetzt nochmal sprechen, wie wir das machen bezüglich, ähm, bezüglich Verpreisung. Mhm. Hm. Müssen wir nämlich mal rechnen. Ah, der Ackermann ist da. Okay. Hm. Also, wenn wir... Ah, Hilfe. Hm. Also, ich würde eine Pauschale nehmen, weil man das so schlecht messen kann. Für den, für den normalen Klient? Ja. Mhm. Ähm. Naja, es gibt ja den Sekretär, der die Termine verwaltet. Ich würde das jetzt als All-Inclusive-Dienst anbieten. Okay, okay. Das müssen, versuchen Sie es zu minimieren, ansonsten wird das zu bausteinartig. Ja, natürlich, natürlich. Ja gut, dann machen wir einfach alles, was ich jetzt für Sie mache. Dann eben, äh, nur den, halt den Telefondienst nicht. Mhm. Dann für die, äh, andere, äh, anderen Firmen. Okay. Was glauben Sie denn, was das so täglich für Pensum sein würde? Zwei Stunden? Ja. Dann lassen Sie uns doch 1000 Dollar am Tag dafür pauschal nehmen. Mhm. Und, äh, wie sieht es dann aus mit dem Onix-Kunden? Gibt es den dann noch? Oder ist das einfach das Onix-Paket? Ja, das ist immer noch, äh, dazugerechnet. 1000 Dollar am Tag. Mhm. Mhm. Vielleicht machen wir auch 600 Dollar am Tag. Das klingt besser. Mhm. Lassen Sie mich mal kurz recht. Wir müssen ja ein, das, das Wichtige bei dieser Rechnung ist jetzt halt, dass wir ein, dass wir einen Satz finden, der nicht zu hoch ist, aber gleichzeitig in Verbindung mit der Detektei-Arbeit auch noch einen schönen Onix-Tarif zulässt. Wissen Sie? Mhm. Mhm. Also ich glaube, wir machen einfach 5.000 Dollar die Woche. Okay. 5.000 Dollar die Woche für Büroservice. Büroservice. Im Onix-Paket. Das Onix-Paket, also ohne Onix-Paket, im Onix-Paket ist das inklusive? Ah, jetzt, ich hab das gar nicht. Das ist exklusiv Onix-Paket, also das ist außerhalb des Onix-Paket. Das Onix-Paket kostet dann wöchentlich mit Detektei 5000 Dollar. Da ist die Detektei dann aber schon inbegriffen. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. So hat der, so hat der Kunde einen Mehrwert, weil er die Detektei nicht separat bezahlen muss. Mhm. Verstehe. Okay, also Onix-Paket kostet 5000 Dollar. In der Woche. Mit Detektei. Mhm. Und der Büroservice selbst, wenn man den dazu bucht, kostet auch 5000 Dollar. Okay, verstehe. So haben wir den Anreiz, okay, wollen Sie den Büroservice buchen, kostet 5000 Dollar, aber halt, wenn Sie sich im Onix-Paket bei uns entscheiden, haben Sie den Büroservice drin und kriegen zusätzlich noch die Services unserer Detektei mit Informationsbeschaffung. Verstehe, ja. Mhm. 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 Dann weiß ich Bescheid und dann kann ich informieren. Mhm. Dann schicke ich noch die Verschwiegenheitsklausel an den Herrn Unger. Schaue ich mal, dass ich den am Telefon erwische. Ja. Und der Herr Teslav hat noch was gemeint wegen dem Sporttest, 50 oder 100 Dollar für guten Zweck. Genau, 100 Dollar pro Test legen wir dann ab für den guten Zweck bei dem Medical Center. Ja, genau. Okay. Aber da sagen Sie mir dann natürlich Bescheid oder Herr Teslav dann zum Eintragen, richtig? Ich habe schon ein paar Entwürfe, die ich Ihnen gerne mal schicken würde bezüglich der Visitenkarte. Warten Sie mal. Neu. Neu. Riecht das irgendwie kleiner? Ja, das ist natürlich sehr groß. Moment, ich mache es mal als Anhang. Schauen wir mal, ob ich den öffnen kann. Mal gucken. Lennfried-Untermeier. Lennfried-Untermeier. Schauen Sie mal, ob das geht. Mhm. Haha. Hohoho. Das sieht ja nicht schlecht aus, ja? So in der Art hätte ich es jetzt gedacht. Ja. Sieht super aus. Ja, so die Richtung. Vielleicht auch mit so einem digitalen Kärtchen, da hat man alles Mögliche. Wir können das auch weglassen, das ist jetzt erstmal nur so eine Idee. Okay. Ich würde bei der Onyx-Karte das oben dann so stehen lassen und unten dann vielleicht den Namen des Kunden individuell. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, dass mit dieser Onyx-Karte, das müssen wir dann halt überprüfen, dass wir mit dieser Onyx-Karte eine Rabattierung bei unterschiedlichen Geschäften hinkriegen. Ja, das wäre auch noch interessant, ja. Ja. So was. Ja, gefällt mir. Sieht gut aus. Ja, sehr dezent, schlicht, minimalistisch. Ja. Und, äh, genau. Ich muss ganz kurz ans Telefon. Ja, natürlich. Anfried Lenz, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Lenz. Ah, Herr, äh, äh. Frau Shakira, was kann ich denn für Sie tun? Hm, ich benötige heute eines Ihrer Dienstleistungen. Mhm. Von bis? Wie viel Uhr soll es losgehen? Wie viele Leute brauchen Sie? Müssen Sie abgeholt werden? Nein, das ist bei mir vor Ort. Das wäre 21 Uhr. Erwarte ich eine Lieferung. Eine Lieferung? An die Quittator-Sachen, da kommt der Lieferservice und bringt noch ein paar Möbel. Nur die Möbel sind sehr teuer. Mhm. Wissen Sie schon, wie lange das dauern wird ungefähr, damit ich ungefähr sagen kann, okay. Okay. Äh, circa 60 Minuten, Herr Lenz. Eine Stunde. Okay. Wie viele Leute brauchen Sie? Herr Schalki, Herr Froschekir. Ich denke, zwei, drei Personen sollten reichen. Drei Personen. Ähm, damit sind wir bei... Mhm. Eins, sechs, zwei. So, das wären dann, äh, für diese Zeitraum eine Gebühr relativ entspannt von, ähm, 2.400 Dollar, die man Ihnen dann in Rechnung stellen würde. Wäre das so in Ordnung für Sie? Das ist kein Problem. Ich stelle auch ein kleinkaltes Buffet für Ihre Leute zur Verfügung. Da freuen sich die. Wo sollen die denn, äh, wo sollen die Leute hinkommen? Ähm, ich saue gerade. Wissen Sie, wo der Daily Globe ist? Der Daily Globe. Entschuldigen Sie, ich kann das gerade noch nicht an den, an den Links festmachen. Vielleicht haben Sie eine Postleitzahl für mich. Ähm, das wäre 3, 2, 0, 1. 3, 2, 0, 1. Daily... Ja, dann würde ich meine Mitarbeiter so gegen, äh, 20.45 Uhr da hinschicken. Das wäre ein Traum. Bezahle ich... Mhm. Äh, wir haben einen Auftrag. Oh. Äh, Frau Shakira, wir wurden unterbrochen. Das ist korrekt. Wahrscheinlich der schlechte Empfang unten in der Tiefgarage. Ja. Also, 32, 0, 1, Daily Globe Tiefgarage, 20.45 Uhr da sein, äh, drei Mitarbeiter, ähm, Gebühr 2.400 für drei Mitarbeiter für eine Stunde, ähm, sind denn, kann ich fragen, ob Sie erwarten, dass da etwas, dass es Vorkommnisse gibt? Gibt es irgendwelche Erwartungsseiten? Nein, auf keinen Fall. Nein, in meiner Garage stehen nur ein paar sehr wertvolle Dinge. Die Garage ist die ganze Zeit offen. Ich möchte nur, dass hier nichts passiert. Mhm. Haben Sie denn schon mal jemanden von dieser Lieferung erzählt? Gibt es irgendwelche Leute, die da ebenso Interesse dran hatten? Nein, das ist einfach nur eine Bestellung von mir. Okay, gut. Das ist nichts Schlimmes, Herr Lenz, keine Sorge. Ja, Frau Shakira, nehmen Sie es mir nicht übel. Das geht auch gar nicht darum, ob es irgendwas Schlimmes ist. Ich will nur die Mitarbeiter bestmöglich darauf einrichten. Ja. Selbstverständlich, das verstehe ich. Das zeigt, dass Sie Professionalität besitzen. Das gefällt mir. Freut mich. Dann, ähm, weiß ich soweit Bescheid. Ich instruiere das. Kann ich mir Ihre Tele... Dann sage ich dann direkt vor Ort. Direkt vor Ort, ja. Ein Mitarbeiter von uns stellt das in Rechnung. Sie müssen da keine extra Wege machen. Und ich würde mir Ihre Telefonnummer noch aufschreiben. Selbstverständlich, sehr gerne. 539 875. Okay, wenn es Rückfragen gibt, würde ich mich bei Ihnen melden. Ansonsten können Sie mit uns rechnen. 20.45 Uhr bis 22 Uhr. Es sind drei Mitarbeiter für Sie vor Ort. Super, Herr Lenz. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Okay. Moment, ich muss kurz mit der Frau Mitchell sprechen. Herr Lenz. Frau Mitchell, wir haben einen Auftrag heute. 20.45 Uhr bis 22 Uhr. Also eigentlich 21 Uhr bis 22 Uhr, aber 20.45 Uhr sollten Sie da sein. Es handelt sich um drei Mitarbeiter. Einer von Ihnen sollten Sie sein, damit Sie auch gleich eine Rechnung stellen können. Für den Fall, dass ich Ihnen das noch nicht gezeigt habe, können Sie das gerne bei mir nochmal erfragen. Aber drei Mitarbeiter. Es geht um eine Lieferung von Antiquitäten, die wir bewachen müssen, um eine Stunde. Der Kunde ist Frau Shakira. Ich sage Ihnen ganz offen, ein besonderer Kunde, hat auch ein besonderes Auftreten. Ich habe Sie damit kennengelernt, ja. Und hat bei der Postleitzahl 32.01 beim Daily Globe eine Tiefgarage. Ich würde mir wünschen, dass Sie jetzt zwei Leute mit dazunehmen. Nehmen Sie sich ruhig zwei Leute dazu. Scouten Sie das Ganze mal aus. Gucken Sie, wo Sie da stehen müssen. Dass Sie 20.45 Uhr dann da sind. Ja, wunderbar. Wenn Fragen sind, einfach an mich. Ich stehe mit dem Kunden in Kontakt und ansonsten habe ich auch noch die Telefonnummer für Sie, wenn Sie wollen. Aber ich würde das jetzt einfach über mich laufen lassen, solange es da keine großen Befindlichkeiten gibt, bin ich dann der einzige Kontakt und das ist okay. Alles klar. 20.45 Uhr in der Tiefgarage. Genau. Gut, ich nehme Herrn Kuber und Herrn Bock mit. Genau. Wenn das für Sie in Ordnung ist. Kein Problem. Entscheiden Sie selbst. Jawohl. Danke. Tschau. Tschau. So, Herr Untermeier. Entschuldigen Sie. Ja, ich würde jetzt alles an den Herrn Unger weiterleiten und dann einfach wieder vorne meine Sachen erledigen. Genau. Und dann würden wir gleich die Hotline einrichten. Ich würde das über den Wienet-Account steuern und dann können Sie vielleicht auch gerade noch ein bisschen Interaktion. Genau. Nochmal, wir haben uns auf den Preis geeinigt, 5.000 pro Woche für den Büroservice. Der Onyx-Service kostet auch 5.000 pro Woche. Damit das inkludiert allerdings auch unseren Detektei-Service. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir das mal auslösen und ich werde dazu gleich einen Wienet-Post veröffentlichen. Genau. Und Auftrag 004 ist noch nicht bezahlt. 004 ist noch nicht bezahlt, wird dann vor Ort bezahlt. Genau. Perfekt. Dann sollen wir dann die Frau Mitchell einfach Bescheid geben, wenn sie kommt. Die zahlt das ein, ja. Super. Ja, Sie können reinkommen. So. Ich habe eine E-Mail von Ihnen bekommen, glaube ich. Ja, genau. Korrekt. Ich habe eine E-Mail geschickt. Das ist schon die Auflistung der unbenötigten Dinge. Ja, also natürlich, wir haben uns Gedanken gemacht, was man dann dementsprechend braucht, was für Mitarbeiter. Und die haben wir da dementsprechend noch aufgelistet. Natürlich muss der Fuhrpark dann auch erweitert werden, Chef. Deutlich, ja. Je nachdem, was wir dann auch anbieten und wo. Und ja, da haben uns Gedanken zu gemacht. Gerade der Punkt, nicht, dass sie verwirrt sind. Ich hatte ja auch reingeschrieben bezüglich der Reinigungskräfte. Ja. Dass die halt jetzt vielleicht am besten, dass wir unsere Reinigungskräfte einstellen, die jetzt unserer Sprache nicht so ganz mächtig sind. Ja. Also passt der Herr Ackermann eigentlich schon. Ja, wobei der versteht uns schon ganz gut, würde ich sagen. Ja, äußerlich. Ja, aber ich hätte da eher so an polnische Magdalena oder so gedacht. Ja, gut. Oder aus dem spanischen Sektor, aus dem mexikanischen Sektor. Ich würde diesbezüglich übrigens unbedingt darauf achten, dass wir nur externe Mitarbeiter mit reinnehmen. Das bedeutet, wenn wir Barkeeper und sowas nehmen, dass wir dann da vielleicht als Auftragsarbeit machen. Ich denke, das ist viel attraktiver für Leute, wenn wir die hinstellen können und sagen können, das ist eine Auftragsarbeit. Die Frage ist jetzt aber, vielleicht ist das auch gar nicht so schlau wegen der Vertraulichkeit. Das ist das Problem daran. Genau, deswegen haben wir reingeschrieben, wir müssen gerade bei dem Personal, wenn wir da mitarbeiten wollen, die müssen wir uns natürlich auch schon sehr, sehr gut aussuchen, Chef. Und ich würde auch die Einstellung komplett unter Verschluss halten. Ja, da muss ich, also da gibt es, sage ich Ihnen ganz offen, zwei mögliche Umsetzungen. Entweder wir machen das intern über unsere Kapazitätsgrenzen, die wir uns gesetzt haben, das sind nämlich 20 Mitarbeiter. Oder wir müssen ihren Clubbereich outsourcen und separieren und machen ein Tochterunternehmen auf. Wissen Sie, was ich meine, Herr Schimanski? Ja, 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 ich verstehe das schon. Das Problem dabei ist ganz einfach, dass wir, dass wenn wir zu aufgeblasen werden als Firma, dass es da vielleicht, dass es da vielleicht Probleme gibt in der Verwaltung und dann auch steuerrechtlich mit dem Staat. Können wir nicht einen Strommann einsetzen als Geschäftsführer? Naja, einen Strommann würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach sagen, das sollte schon separat abgerechnet werden. Am Ende gibt das nur Probleme mit den Finanzbehörden. Das heißt, es sollte schon so sein, dass man sagen könnte, wir sourcen das auf Basis eines Tochterunternehmens aus, das aber auch ganz klar angegliedert ist und geben die Möglichkeit, dass über das Tochterunternehmen als Geschäftsführer jemand die Verwaltung macht und wir trotzdem weiterzugsbefugt sind. Ja, das klingt gut. Das würde natürlich uns auch viel mehr Spielraum geben, Chef. Genau, das würde auf der einen Seite Spielraum geben und auf der anderen Seite die Möglichkeiten der Einstellung und der Akquise von Leuten und der Individualität dieser Leute dann auch noch ein bisschen erhöhen. Also man könnte dann einfach ein bisschen schneller reagieren. Gut, ich habe das Projekt jetzt einfach mal BW Country genannt, damit sie auch sofort wissen, worum es ging. Ja. Ob das so dabei bleibt, wissen wir nicht, können wir noch gucken. Frage, haben Sie schon irgendwie was herausgefunden? 6 Immobilien, haben Sie da schon mal nachgeschaut? Ich hatte gestern leider noch keine Zeit. Ich würde mich heute unterwegs machen, aber ich bin jetzt schon wieder die ganze Zeit im Büro gefesselt. Ja, okay. Wir haben heute auf jeden Fall noch einen Auftrag reingekriegt, was ganz gut ist. Und ansonsten kümmere ich mich da heute darum, dass ich mir das Ganze mal angucke. Aber so wie Sie gesagt haben, meinen Sie, dass dann oben im, was haben Sie mir gesagt, bei 925 war das, ja? 925 war das Motel. Richtig. Genau, da wollten Sie ja eher hin. 925. Tongva Hills war auch noch interessant. 719. Genau. Tongva Hills. Ja, ich fahre mal vorbei gleich. Gucken wir das mal an und dann sage ich Ihnen, welches wir nehmen könnten und dann sprechen wir das ab mit Finanzierung. Wundervoll. Also können wir auch gemeinsam hinfahren, wenn Sie möchten. Dann können wir da vielleicht vor Ort so ein bisschen drüber quatschen, wenn Sie möchte. Ja, dann parken Sie schon mal Auto aus. Ich bin gleich unten. Alles klar, machen wir. Ich hätte, wie viel wissen Sie denn schon über den Anruf von Herrn Kreuzer, den ich bekommen habe? Kreuzer, Siena Steakhouse, Karaoke Bar, Schutz, weiß ich Bescheid, ist schon angestoßen worden. Sehr gut. Malerk, es klang sehr dringlich. Da wollte, glaube ich, am besten, dass ich gleich da auftauche. Ja, da muss ich halt erst mal mit den Leuten sprechen. Nur er meinte was von mehrere Tage und dann kann er diesen Stundensatz, da müssen Sie dann ein Paket machen. Da sage ich, ich kann Ihnen da absolut nicht helfen. Ja, ja, genau. Er ist gerade nicht zugegen. Ansonsten wollte ich anmerken, dass wir uns mit Herrn Kremer gerne da dranhängen würden an diese Sache des Lichts und so. Das finden wir ganz interessant. Dann arbeiten Sie das bitte aber Frau Mitchell zu und in Absprache mit Frau Mitchell, mit Herrn Kremer. Haben wir schon gemacht. Alles klar, dann Feuer frei. Wundervoll. Gut, dann. Dankeschön. Parken Sie Auto aus und ich bin gleich unten. Alles klar. Ja. 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 Und wie lief's? Sehr gut. Sehr. Äh, fachkundiger Mann auf jeden Fall. Mhm. Gute Ideen auch schon vorab. Sehr diskret. Äh, hat nicht viel von seinen davorigen Auftraggebern erzählt. Also das war, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Er hat jetzt noch zwei Vorstellungsgespräche bei C&T und bei SecureServe. Mhm. Er meldet sich dann mit Ende dieser Woche bei uns. Okay. Kannst du mir nochmal was zu dem, ähm, Verdienst unserer Mitarbeiter sagen? Achso, ja, genau. Das muss ich jetzt so reden, muss ich ein bisschen passen. Ähm, Basisverdienst, Einstellungsgehalt ist 400 Dollar die Stunde. Ah ja, okay. Das kriegt jeder. Aufstiegsmöglichkeiten sind gegeben und dann verdienen die 600 Dollar die Stunde. Ja, aber das, äh, 400 Dollar die Stunde ist erstmal relevant. Alles klar. Ja, es ist ein überdurchschnittliches Gehalt. Ja, ja, ich hab ihm, äh, gesagt, wenn würde auch so ein bisschen, auch wenn es kein Team geben würde, Teamleitung, IT-Sicherheit, etc. pp. nehmen. Ja. Ähm, ähm, ich meine, wir hätten natürlich auch ein super Büro hier nebenan, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da einen Schlüssel kriegen für. Das hier hinten? Ne, Serverraum, ja. Oh ja, das wäre schon gut. Oder passt dein Schlüssel? Ne, ne. Ne, komme ich nicht rein. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Aber das kriegen wir hin. Äh, Serverraum, das nenne ich, das schreibe ich mir mal auf. Ähm, Moment. Ich habe hier relativ heißen Draht zur Stadtverwaltung. Serverraum, ähm, wie hieß der Mann nochmal? Herrera. H-E-R-R-E-A. Okay. Ja. Okay, ja. Äh, kriegen wir hin. Mhm. Gut. Ansonsten. Anderen habe ich noch nicht erreicht. Vorstellungsgespräch mäßig. Da hat jemand, äh, nochmal geschrieben heute. Hast du das schon gelesen? Warte mal. Da war, äh, nämlich Vorstellung. Peter Coleman. Ach nee, das war Anwalt, never mind. Ja, das habe ich gelesen. Das war Anwalt, ja. Ja, gut, dann habe ich das. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Oh, mein, mein Sporttest ist da. Kannst du mir direkt weiterleiten? Warte. Lass mich erst mal gucken. Hm. Das ist auch ein Stein, ey. Da hast du keine Chance. Was meinst du denn jetzt? Hm? Guck mal. Drogentest negativ. Bumm. Hast du auch mal ein bisschen geschwitzt, oder? Nee, es ging. Hast du den Christoph Daumen gemacht? Herr Günther Tetzler ist in einer guten sportlichen Verfassung. Die Vitalwerte liegen während dem Ruhezustand sowie im Belastungsstand im Normbereich. Die Wärze des Bluttests sind normgerecht. Es liegen keine körperlichen Einschränkungen vor. Ja. Ja. Sag ich doch. Ich habe mich da verraten. Gut, ich bin jetzt erst mal kurz unten. Ich muss jetzt noch, ich habe jetzt einen Termin für unsere, habe ich dir mal erzählt, dass wir in einem Club, ah, da warst du ja dabei. Ich gucke mir jetzt die Immobilien dazu an. Oh. Und, ähm. Nimmst du mich mit? Wir können auch, dann komm mit. Dann, äh, Schimanski und Hopps sind unten. Komm mit. Ja. Und, äh, auf dem Weg muss ich diese, äh, Wienet-Sache machen. Mhm. Na. Ja, komm mal, wie geht's Ihnen? Ähm, gut. Warte, ich habe eine Eselbrücke für Ihren Namen. Ähm, wie war das nochmal? Ähm, das ist kein Mensch, das ist Lensch. Die sind Lensch. Manfred Lensch, genau. Der Mann, der sie eingestellt hat. Freut mich, dass wir zumindest daran kommen, dass Sie sich den Namen merken. Oh, und Ihren Namen habe ich auch gemerkt. Oh, ich bin gespannt. Ähm, Tischtennisball. Oh, und Tetzlaff. Wegen Tischtennisball mit T. Perfekt, Herr Ackermann. Perfekt, unglaublich. Ich dachte, mit D runter würde auch noch gehen, aber da fällt mir kein Reim ein. Fantastisch. Fantastisch. Die Rolle. Äh, Herr Ackermann, denken Sie an den Zettel, den Sie sich gestern aufgemalt haben? Mhm. Oh, ja, natürlich. Herr Kovacic? Ja, das heißt, wenn irgendwas Wichtiges ist, gerne an. Mal einen kleinen Moment, mit wem spreche ich? Kreuzer. Oh, Herr Kreuzer, ich habe, es tut mir leid, ich entschuldige mich, immer ruft mich Herr Kovacic an, wegen, mit seiner unbekannten Nummer. Und ich habe jetzt einfach Glücksspiel gemacht. Und Sie sind es natürlich. Oh nein. Nein, Herr Kovacic, ich rufe an, bezüglich der Situation. Nicht, Kovacic, Kreuzer. Warten Sie kurz. Manfred Lenz, Schwarzwasser, hallo. Ach, Herr Kreuzer, schön, dass Sie anrufen. Herr Kreuzer, ich habe mit dem Herrn Hobbs gesprochen. Es gibt wohl eine Situation rund um das Siena Steakhouse, wo dringend Unterstützung gebraucht wird. Die Frage, die ich jetzt habe, können Sie mir die Telefonnummer von der Inhaberin geben, damit ich mich mit ihr absprechen kann und eventuell was für Sie machen kann? Kann ich Ihnen gleich gegebenenfalls geben. Ich werde dann noch mal nicht umhören, ob ich das weitergeben darf. Das ist erst mal verständlich. Ja, genau. Dann schreiben Sie mir einfach eine SMS dazu. Werde ich machen. Telefonnummer sollten Sie ja haben, anscheinend. Außer Sie haben sie nicht eingespeichert. Doch, habe ich. Ich werde aber noch mal nachhaken, ob ich die Nummer eben weitergeben darf. Okay, dann fragen Sie nach und ich würde mich da gerne drum kümmern und wir kriegen da sicherlich auch ein Paket hin, was ein bisschen günstiger ist, wenn es um etwas langfristiges geht. Ich verstehe das. Oh, okay. Oder wollte der Herr Sunderland sich morgen mit Ihnen nochmal unterhalten, da der Herr Sunderland morgen irgendwo mit Ihnen Termin hätte? Genau. Das geht dann aber um die Situation mit Herr Sunderland, ob er da irgendwas in Anspruch nehmen möchte. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Okay. Ja, da wollte er mich in dem Punkt auch noch mit ansprechen. Ja, ich bin für alle Vorhaben zu haben, Herr Kreuzer. Ich stehe für alles zur Verfügung. Wir finden eine Lösung. Ich bin nicht daran interessiert, Ihnen die Hose auszuziehen finanziell. Wir sind allgemein relativ günstig, so wie ich das mitbekommen habe, aber allgemein in unseren Diensten. Und deswegen, durch die staatliche Förderung kommt das allen zugute. Auf jeden Fall. Super, dann schreiben Sie mir noch eine SMS dafür und dann kann ich da was machen. Super, danke, Herr Kreuzer. Lass mich mal. Was ist jetzt? Ich muss kurz mal gucken, ob der noch hier oben ist. Mensch, das würde ich total besiehen. Es ist richtig, richtig krass. Und dann kommt es gleich, wie es geht, wir versuchen. das mal oben. So, ich kann es jetzt raus. Vielen Dank.